Der Grund, weshalb du den heutigen Gedanken nicht akzeptieren magst, ist sehr simpel. Und der Grund bezieht sich einfach darauf, dass du in der Welt alles versucht hast, um es auf den Punkt zu bringen, um dich auf den Punkt zu bringen, um die Sachen, die du tust, auf den Punkt zu bringen. Die Leute, die du liebst, diese Liebe auf den Punkt zu bringen. Das, was du Hilfreiches tun möchtest, auf den Punkt zu bringen. Das, was du Wertvolles geben möchtest, auf den Punkt zu bringen. Und alles, was du gesehen hast, ist, es reicht nicht. Es hat nicht das gewünschte Ergebnis. Es scheint überhaupt keine wirklichen Ergebnisse mit sich zu bringen. Und jetzt kommt Jesus und sagt dir, Du bist das Licht der Welt und du bist für die Erlösung der Welt und aller deiner Brüder gekommen. aus deiner alten Perspektive, wo du versucht hast, nach bestem Wissen und Gewissen, deine Liebe, deinen Wert, die guten Dinge, an die du glaubst, die Hinwendung, das Überschreiten von alten Gewohnheiten, den Wunsch, den Wunsch, so viel Sicherheit wie möglich zu bieten, auf den Punkt zu bringen, hat aus der alten Perspektive gar nicht geklappt. Also wie sollst du derjenige sein, die das Licht der Welt ist? Ist das nicht ein bisschen zu hoch gegriffen? Und natürlich weißt du die Antwort jetzt. Die Antwort ist, du bist das Licht der Welt. Und daher ist es deine Funktion, jeden Bruder mit dir gemeinsam hier und jetzt zu erlösen. Von wem, von was? Von den Bösen da draußen? Von den Mächtigen der Welt? Von den Ungerechtigkeiten, die geschehen? Oder von deinen eigenen Gedanken? Und hierin kann es keinen Zweifel geben. Es sind deine eigenen Gedanken, aus denen du jeden und alle erlöst. Weil du das Licht der Welt bist, ich stehe mitten in der Transformation dieser Idee und dem Hören dieser Idee zusammen mit dir, denn niemand kann alleine hören. Ja, dieser Kurs ist ein Selbststudium. Das ist super individuell. Und dennoch hören wir auf die Stimme gemeinsam. Niemand hört alleine, denn diese Stimme wurde von niemandem alleine gemacht, sondern für die ganze Zeit der Sohnschaft. Und sie wurde nicht gemacht, sie wurde erschaffen. Jesus geht hier komplett unbefangen aus der ersten Wiederholung dieses Übungsbuches über in den neuen Abschnitt, in den du jetzt eingetreten bist. Du bist kein blutiger Anfänger mehr. Du hast Gedanken und Hilfe bewusst an die Hand gegeben bekommen, die dich aus dem Sog der alten Lektionen befreien. Angefangen von der ersten Lektion, die du erhalten hast und die du hier geübt hast und nochmal wiederholt hast. Und jetzt sind wir bei Lektion 61. Ich bin das Licht der Welt. Und natürlich kannst du das nicht lesen, als wärst du distanziert von diesen Worten. Du kannst das hier nicht anwenden, als wärst du distanziert von diesen Worten nach dem Motto, na, ich lese mal, was da steht. Sondern es bezieht dich total und vollständig mit ein. Wer ist das Licht der Welt außer dem Sohn Gottes? Wer ist das Licht der Welt außer dem Sohn Gottes? Das ist lediglich eine Aussage der Wahrheit über dich selbst. Und nehmen wir es mal runter von den Seiten. Nehmen wir es mal runter von den Worten, die da schwarz auf weiß gedruckt wurden. und bringen wir es mal hier genau in unsere Unterhaltung miteinander. Hey, Sohn Gottes, das ist die Wahrheit über dich selbst. Du bist das Licht der Welt. Das ist kein theoretisches Studium. Das ist kein, na, lass uns das mal zusammen lernen und uns darauf einigen, dass wir das sind. Sondern das ist, das sind wir beide, oder mit wem auch immer, wie auch immer du selbst in einer anderen Form auftauchst. Da sind wir beide am Häkeltisch, da sind wir beide in der Kneipe, sind wir beide beim Lidl, sind wir beide beim Kindereinsammeln. Und einfach nur ein ungeplanter Moment der Erinnerung. Ach so, es ist ja jetzt. Natürlich ist es jetzt. Das ist lediglich eine Aussage der Wahrheit über dich selbst. Sie ist das Gegenteil einer Aussage, die auf Stolz, Arroganz oder Selbsttäuschung beruht. Sie beschreibt nicht das Selbstbild, das du gemacht hast. Sie bezieht sich auf keines der Merkmale, mit denen du deine Götzen ausgestattet hast. Sie bezieht sich auf dich, so wie du von Gott erschaffen wurdest. Sie stellt einfach die Wahrheit fest. Und hier siehst du schon, deine Eigenschaften als Lehrer Gottes reflektiert. Hier wird einfach nur die Wahrheit festgestellt. Und das, was wir sozusagen als Erwachender Sohn Gottes nutzen, sind wirklich die Eigenschaften, die sich in uns herausschälen. Das ist der Glaube, dass alle Dinge zu ihrer richtigen Zeit Klärung finden. Zu einer Zeit, die wir noch gar nicht absehen können. In, sagen wir mal, unvorstellbaren Zusammenhängen, die wir aus unserer Perspektive, selbst mit den größten Schulungen und dem gewieftesten Wissen und tiefsten Einblicken nicht im Ansatz nachvollziehen können. Brauchen wir auch nicht. Deswegen unterhalten wir uns jetzt gerade auf Augenhöhe. Wie wir uns immer auf Augenhöhe unterhalten, wenn wir uns hier treffen, an diesem Ort, an diesem wahren Ort, wo wir uns eingestehen können, hey, ich komme mit Maske, ich erkenne sie nicht, aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Was können wir da tun? Und ich sage, hey, mir geht es ähnlich. Du drückst meine Worte ganz genau aus, wie ich es nicht besser beschreiben könnte. Und wir verbinden uns hier in einem gemeinsamen Bedürfnis, wo ich weiß, dass dein Bedürfnis mein Bedürfnis ist. Nicht in einem althergebrachten Sinne, eine Hand wäscht die andere, sondern in dem Sinne, wenn einer wirklich gewinnt von uns beiden, dann müssen alle gewinnen. Nur diese Art von Antwort, nur diese Art der Kommunikation, nur diese Art von Lösungen und Treffen und Begegnungen wollen wir hier in unser Gewahrsein einlassen. Das ist kein exklusiver Club, ganz im Gegenteil. Sondern das ist das Aufheben der Exklusivität. Und damit sind die Hebel gesetzt für Inklusion. Alles ist nach wie vor in deinem Geist. Ich bin das Licht der Welt. Diese Aussage beschreibt nicht das Selbstbild, das du gemacht hast. Sie bezieht sich auf keines der Merkmale, mit denen du deine Götzen ausgestattet hast. Diese Aussage bezieht sich auf dich, so wie du von Gott erschaffen wurdest. Sie stellt einfach die Wahrheit fest. Wie wird die Wahrheit verteidigt? Sie braucht keine Verteidigung. Es findet kein Krieg statt zwischen Wahrheit und Illusion. Aber du richtest dich darauf aus. Das ist die Verteidigung. Und wann verteidigst du das sozusagen? Wann nimmst du das als deine perfekte Abwehr an? Immer nur hier. Immer nur jetzt. Es braucht keinen ausgeklügelten, raffinierten Kniff oder Buff oder Mechanik oder Methodik. Das weißt du schon. Es braucht nur Hey, ich bin hier. Ich bin hier und das ist gut. Denn erst mit mir. Für das Ego ist der heutige Leitgedanke der Inbegriff der Selbstverherrlichung. Aber das Ego versteht Demut nicht, da es sie mit Selbsterniedrigung verwechselt. Demut besteht darin, deine Rolle in der Erlösung zu akzeptieren und keine andere zu übernehmen. Okay, alles klar. Lass mich das mal gründlich lernen. Jesus, hilf mir dabei. Demut besteht darin, deine Rolle in der Erlösung zu akzeptieren und keine andere zu übernehmen. Es ist keine Demut, darauf zu beharren, dass du nicht das Licht der Welt sein kannst, wenn das die Funktion ist, die Gott dir zugewiesen hat. Nur Arroganz würde behaupten, dass diese Funktion nicht für dich bestimmt sein kann. Und Arroganz ist immer vom Ego. Arroganz sagt immer, du musst einen Plan haben und du musst das selbst umsetzen und du musst dich gegen andere behaupten. kenne ich nur zu gut diesen Talk. Und ich kenne mich darin auch zu gut, wie ich diesen Talk glaube und mitgehe. Und immer wenn ich mitgehe, bin ich nicht hier, bin ich nicht präsent, sondern irgendwo in einer Halluzination von Zeit verschwunden, in einer Vorstellung. Wahre Demut erfordert, dass du den heutigen Leitgedanken akzeptierst, weil es Gottes Stimme ist, die dir sagt, dass er wahr ist. Das ist ein erster Schritt, um deine wirkliche Funktion auf Erden zu akzeptieren. Auf Erden. Okay, ich habe auf Erden eine wirkliche Funktion. Es ist ein gewaltiger Schritt daraufhin, deinen rechtmäßigen Platz in der Erlösung einzunehmen. Es ist eine ausdrückliche Erklärung deines Anrechts auf Erlösung. Und die Anerkennung der Macht, die dir gegeben wurde, andere zu erlösen. Dir wurde die Macht gegeben, andere zu erlösen. Und natürlich ist erstmal alles Mögliche an religiösen Ideen über diesen Satz gelegt. Aus den Lektionen der Vergangenheit. Aber die Vergangenheit ist vorbei. Die ist immer vorbei. Also was heißt es denn konkret in deiner Erfahrung, andere zu erlösen? Und nehmen wir mal wieder das praktischste Beispiel, was wir überhaupt finden können. Und das ist dieser Moment. Ah, okay. Jetzt kann ich also gefangen nehmen und erleide selbst die Konsequenzen daraus. Oder ich kann jetzt erlösen. Und wenn ich erlöst bin, bin ich nicht allein erlöst. Denn mein Bruder ist eins mit mir. Okay, lass uns das mal probieren. Und ich habe heute wirklich, ich habe tatsächlich noch ein praktisches Beispiel, so wie die Welt es versteht, mit reinzuwerfen. Wir sind gerade in der Organisation des Festivals und da gab es mehrere Lösungsansätze, wie man die Versorgung wohl hinkriegen könnte. Und es fing mit einem riesen, ich will nichts weiter ausholen, jedenfalls, gab es eine Abmachung mit einem Dienstleister und die musste abgesagt werden. Und der Dienstleister war etwas ungehalten darüber. Es lief alles innerhalb der Regelung ab, oder der Absprachen, die wir miteinander hatten. Und dennoch hat es mich, hat mich schon angetriggert. Also so im Sinne von, ich habe mich schuldig gefühlt. Und dann hatte ich einfach den ganzen Tag Zeit, mir meine Ideen anzuschauen und die Bedeutung, die ich dem gegeben habe, rauszunehmen. Auch mein Versuchen, das wieder gut zu machen und so weiter. Einfach meinen Lösungsvorschlägen und meinen vergangenen Lektionen komplett zu entsagen. Und zu sehen, okay, ich bin bereit, das ist auch mein Gebet, ist auch nach wie vor mein Gebet, ich bin bereit, hier hilfreich zu sein, wie ich geführt werde. Also wenn es hier was zu tun gibt, dann lass es mich einfach tun, Jesus. Und ansonsten, lass mich die Finger davon lassen und einfach meine wahre Funktion erfüllen, nämlich mich zu erlösen und damit jeden meiner Brüder. Und ja, das Resultat ist, ich habe nichts weiter zu präsentieren als das. Es ist zu keiner weiteren, es ist zu keinem weiteren Kontakt gekommen. Ich habe nichts weiter unternommen, um ihn zu besänftigen oder ihm irgendwas anzubieten oder was zu erklären oder und so weiter und so weiter. Sondern es sitzt jetzt einfach da. Und hier sind wir wieder bei Glaube. Denn Glaube sagt, du weißt nicht, wann die richtige Zeit für irgendwas ist und du weißt nicht, du kannst gar nicht die Zusammenhänge sehen und die Bereitfälligkeiten von jedem Einzelnen in diesem universellen Lehrplan. Also brauchst wirklich nur deine Bereitfälligkeit und deine Entscheidung für Frieden im Geist jetzt. Ich bin das Licht der Welt. Du wirst über diesen Leitgedanken heute so oft wie möglich nachdenken wollen. Er ist die vollkommene Antwort auf alle Illusionen und deshalb auf jede Versuchung. Er überbringt alle Bilder, die du dir über dich selbst gemacht hast, der Wahrheit und hilft dir in Frieden zu scheiden, unbelastet und deines Sinns und zweckssicher. So viele Übungszeiten wie möglich sollten heute eingehalten werden, um gleich jeder Einzelne eine oder zwei Minuten nicht zu übersteigen braucht. Sie sollten damit beginnen, dass du dir sagst, ich bin das Licht der Welt, das ist meine einzige Funktion, aus diesem Grunde bin ich hier, aus diesem Grunde bist du hier, denk dann eine kurze Weile über diese Aussagen nach vorzugsweise mit geschlossenen Augen, wenn es sich machen lässt. Lass dir eigene Gedanken einfallen, die sich darauf beziehen und wiederhole den Leitgedanken bei dir, wenn dein Geist vom Kerngedanken abschweift. Danke für all die Unterstützung bis hierher, wow, wie weit wir gekommen sind, wie weit wir gekommen sind, um diese Gedanken wieder zu akzeptieren. vielleicht ist Widerstand drauf, vielleicht ist Missglaube drauf, vielleicht, oder Unglaube heißt es, oder ein aktives Widersetzen oder Unverständnis oder ein Kopf schütteln oder wie auch immer sich das ausdrückt, aber du hörst das hier. Du kannst nicht mehr so tun, als würdest du das hier nicht hören können. Du hörst das, deswegen bist du ja hier. Deswegen bist du bei Lektion 61. Hallo? Lektion 61? Was hat dich denn bis zur Lektion 61 gebracht? Was hat mich denn bis zur Lektion 61 gebracht? Das war ganz bestimmt nicht das Ego. Und wenn es nicht das Ego war, dann war es die Führung, die ständig da ist. Achte darauf, dass du den Tag sowohl mit einer Übungszeit beginnst, als auch damit beendest. Auf diese Weise wirst du mit einer Anerkennung der Wahrheit über dich selbst erwachen. Sie den ganzen Tag über verstärken und schlafen gehen, indem du dich deiner Funktion und deines einzigen Zwecks hier nochmals versicherst. Diese beiden Übungszeiten können von längerer Dauer sein als die übrigen, falls du sie als hilfreich empfindest und sie ausdehnen möchtest. Der heutige Gedanke geht weit über die unbedeutenden Ansichten hinaus, die das Ego darüber hat, was du bist und was dein Sinn und Zweck ist. Für dich als Bringer der Erlösung ist das offensichtlich notwendig, darüber hinaus zu gehen. Das ist der erste einer Anzahl von gewaltigen Schritten und du kannst es vielleicht ganz so spüren, das ist wirklich ein gewaltiger Schritt, die wir in den nächsten Wochen unternehmen werden. Versuche heute damit zu beginnen, ein festes Fundament für diese Fortschritte zu bauen. Wir bauen hier ein echtes, festes Fundament und das ist kein leeres Versprechen. Das ist nicht beim nächsten neuen Trend wieder dahin, dieses Fundament, sondern dieses Fundament, das nimmst du überall mit hin, glaub mir. Du nimmst es überall mit hin und es baut sich weiter aus, ob du es willst oder nicht. Der Heilige Geist arbeitet da mit deiner kleinen Bereitwilligkeit zusammen und die schleicht sich manchmal so unbemerkt rein, obwohl es dein freier Wille ist, dass du überrascht bist, dass auf einmal gegenwärtig alles neu ist. Wie kommt's? Muss irgendwie mit deinem freien Willen zu tun haben. Okay, also versuche heute damit zu beginnen, ein festes Fundament für diese Fortschritte zu bauen. Du bist das Licht der Welt. Gott hat seinen Plan für die Erlösung seines Sohnes auf dich gebaut. Danke. Danke Gott. Danke So Gottes. Ich glaube, wir haben hier relativ viel, beziehungsweise wir haben hier relativ wenig zu zu sagen, wenn Gott gesagt hat, wer du bist und wenn Gott bestimmt hat, was deine Funktion ist. Und wir wollen auch nicht wirklich was dazu sagen, denn diese Funktion und dieses Fundament sind Freiheit, Liebe, Bedeutung, Schönheit, Erlösung und einfach göttliche Umarmung. Und in dieser Umarmung bete ich, dass du dieses Gewahrsein über diesen Tag behältst oder dir immer wieder in Erinnerung rufen kannst, denn du bist das Licht der Welt. Und jeder ist das mit dir. Kein Quatsch, kein esoterischer Hokuspokus, sondern erfahrbare Wirklichkeit. Das hängt nicht mal von unserem Glauben ab, sondern es ist unvermeidbar. Wir sehen uns in diesem Moment. Ich liebe dich, ich segne dich und herzlich willkommen zu Hause. Ich liebe dich,